Ok, halb 8. Sieht gut aus. Ich spiele gerade nur eine halbe Stunde. Interessant. Interessant. Ich sollte mir hier vielleicht auch mal, damit ich nicht immer dieses Fenster öffnen muss, ich mache mal ganz kurz was. CD, Media, FDB1, Mini, Doom, genau, Rampfer und jetzt Wine, wer ist eine Kacke? Mini, Doom. So, dann muss ich da nicht immer in dem Ordnerfenster diese Kacke da anklicken, ich bin eher so der Konsolentyp, also das hier, Terminal, nicht so wie ihr wollt. So, Disclaimer. Na, komm. Lord. Oh, ne, also, also sowas wie, 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 wie ein Skol gibt's hier gar nicht. Secret found 7. Oh, loo. Es geht besser. Gut, wie gesagt, wir, 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 wir versuchen es immer aufzubringen, bring it on. Wie ich ja im letzten Ball zerklärt hatte. Oh, schicker Wagen. Kann man hier rauf? Ne, kann man, achso, ich rüber. Oh, was ist denn da oben ab? Oh, oh, nicey-dicey. Da hat mein Entdeckergeist doch tatsächlich, what the fuck. Sind wir hier bei Quake oder was? Also, das ist doch Quake-Style mit dem, mit diesem Trampolin. Oder gab's das bei uns 2016 auch? Wie sieht das gerade gar nicht? Doch, doch, stimmt. Klar, das gab's ja bei uns 2016 auch. Mit diesem Trampolin. Ich hoffe, ich bin gerade nicht falsch gesprungen. Was mache ich hier? Scheiße, 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 ich, ich spring grad in den... ...tod. What the fuck? Alter, was war das denn? Gerade. So eine Scheiße. Okay, jetzt muss ich aber überlegen, wie, 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 wie kommt denn jetzt hier weiter? Also, hier ist kein Trampolin. Muss ich jetzt hier einfach... Ah, okay, also einfach so weit springen, wie es geht, und dann komme ich schon irgendwo an. Aha. Wow, scheiße, der hat, der hat fucking Kurzmitte. Da muss ich springen, da reicht unten leider nicht. So, hier haben wir schon mal eine blaue Tür. War also super erfolgreich, dass wir hier hingesprungen sind, vor allem da oben kommen wir nicht raus. Selbst mit Doppelsprung. Achso, Quatsch, hier ist auch noch eine Plattform. Ach man, jetzt kommt er rauf, ja. So, von daraus komme ich weiter, sehr schön. So, wap, das war zu früh aufgehört. Wap, bam. Bam. Wow, scheiße, bitch, Arsch, kanacke, Arsch, kacke, Arsch, Arsch. Achso, jetzt holt's nach links. Nach links. Links. Äh, einfach mal reingehen. Äh, achso, jetzt. Hier kommt das Offizielle mit diesen... Was ist das? Ah, verstehe. Hm, ah. Okay, heißt also, wenn man diese mittlere Taste drückt, also, ich hab ja bei mir drei Tasten aktiviert, und wenn man diese Storkel alleine drückt, dann muss man die nach links und nach rechts Taste drücken, und dann praktisch das zu machen, was man mit D und A direkt machen kann. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant. Ich wollte... Oh, hier doch. Das wollte ich machen. Oh, Alter, wie viele gibt's denn hier? Bam. Hä, halt, nein, das war... Das wäre schlecht gewesen. Das so. Jawoll. Äh, hier kommt noch nicht raus. Da steht noch eins drüber. Ist ja wie im Hotel. Wir kommen in den Raum Nummer eins. Ah, hier kann man speichern. Oh, beim Speichern bekommt man auch volles Leben. Äh, sehr interessant. Äh, sehr interessant. Oh, gehen wir mal nach links. What the fuck? Nein. Wusstest du noch gut ausgedrückt? Jetzt schießen? Arsch. Alter. Ich komm nicht drauf klar, dass die mich auch in ihren... Was zum Fick. Meint er da grad ein Bild auf dem Boden, oder was? Äh, meinst du da grad ein Dickpic? Junge, das ist jetzt nicht jung, frei, hör auf damit. Ich muss mit den Eltern reden, Junge, das geht so nicht. Nein, siehst du, das passiert, wenn man nicht diese Taste drückt. Okay, ich muss also gegen den Laufen, perfekt, perfekt, aha. Ah, okay, dann soll diese Tür, die Tür mit der 1 drüber, wurde jetzt gerade wahrscheinlich geöffnet. Das macht sense. Scheiße, das ist mal so, ah. Oh Gott, Alter, dein Dickpick sieht scheiße aus. Wollte ich nur mal so sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Mann, was ist da? Äh, nein, halt, ich wollte springen, ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich, so viele Tasten. Ich wollte gerade eigentlich springen. Oh, hier ist nur noch eine Tür, weil es gibt so nicht genug Türen auf der Welt. Lang, lang, perfekt. Tut doch einfach. Boom. Dankeschön. Oh, Alter. So stark ist das denn? Oder ist es wirklich so langsam? Es ist so langsam, dass man... Ah, okay, die hier. Komm, aber die folgt mir. Die folgt... Oh Gott, 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 ich bin dooooot. Die folgt nur scheiße, ich fühle mich, dass ich gut bin. Oh, alle sterben hier. Nein, ich springe doch noch direkt dagegen. Los, chillt doch. Fuck this shit, I'm out. Alle weg, alle weg, ich bin weg. Nein, nein. Fuck. Na scheiße. Scheiße. Scheiße, los, springt jetzt. Geht doch. Oh, das war's ja. Boah. Boah. Alter. Okay, also ich muss sagen, Bring it on ist tatsächlich sogar schon fast machbar. Ich krieg zwar absolutes Herzflackern, aber es funktioniert. Ich hab irgendwie Angst, um vorunter zu springen. Aha. Dachte ich schon, es kommt Lava. Das war einfach so eine Falle, wo man einfach stirbt. Aha, interessant, wo bin ich hier? Ach, klar, hier bin ich da, wo ich reingegangen bin, oder? Ja, genau. I want an this star, ach du scheiße. Ich dachte schon, ich weiß, wir jetzt grad da wieder in den Tod rein, weil hinten da war ja der Todbereich. Der Todbereich. Der Bereich, wo kein Boden ist, wo man stirbt. Ich wollte sich grad ein schönes Glied anstimmen und dann so nicht kapieren. Bam. Bam. Wow, da brauch ich ja auch drei Schüsse. Der, der, der ist das Ding ja gar nicht stärker als meine Pistole hier. Oh, hier ist ein Speicherpoint. Muss ich mir merken? Ich versuche das mal ohne Speichern, weil man bekommt mit meinem Speichern auch volles... Ach, du Kacke. Nein. Alter, was sind denn hier für Monster? Oha. Ach, scheiße. Ich muss ja voll die... 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 Die Tonne hier loswerden. Dankeschön. Jetzt kann ich nämlich hier durchschießen. Perfekt. Genau so soll das sein. Ich kann hier natürlich nicht drauf schießen, wenn hier direkt die Tonne vor mir ist. Das wäre ein bisschen Selbstmord. Aber jetzt ist die Tonne jetzt weg. Ach, scheiße. Ich wollte mich nochmal umdrehen. Ich muss nicht schießen. Oh, scheiße. Geht doch. Boom, Herr Schott. Ich bin über die Sonne gesprungen. Habt ihr das gesehen? Also, wo geht's hier weit? Ach, du Kacke. Ah, komm hoch. Komm her. Wo bist du? Ach du. Äh, der Tente. Der Tente. Der Tente. Der Tente. Nein, nicht speichern. Oh, wir können doch überspringen. Nice. Du musst wahrscheinlich einfach nur einfach mal weit genug überspringen. Komm, komm. Nein, Scheiße. Ist nicht weggelaufen. Fuck. 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 Siehst du, deswegen wollte ich noch nicht speichern, weil ich wusste, dass sowas kommt. Ich hab's genau geahnt. So, wo ist jetzt dieser Kack-Zombie? Hier war doch ein Zombie. Oder nicht? Aha. Hab ich's doch gewusst. So, hier ist eine Tür mit einer 1. Ich muss also wieder zur 1. Ich merke gerade, ich sollte mal wieder mehr Raketen nehmen. Oder für mehr. Nicht mal wieder. Wohl, ich hab ja noch nie Raketen benutzt. Siehste, ich kann ja mal... Ach, du Scheiße. Ich kann ja mal probieren mit diesen... Ich hab ja noch gar keinen Raketenwerfer. Heißt also, ich kann nur das Ding als Granaten benutzen. Okay, jetzt mit den Granaten. Ach so. Das ist ja nett. Ach, du Kacke. Aha. Ach, du Scheiße. Ach, du Kacke. Ach, du Bitch. Ich muss irgendwo, wo ich springen kann. Nein. Fuck. Bitch. Jetzt bin ich sauer. Jetzt kriegst du mein... Oh. Ich wollte eigentlich gerade die Granate werfen, aber stimmt ja. Das ist ja eine andere Tasse. So, hier war aber noch ein Monster. Aha. Du fucking scheiß Imp. Weg. Danke. Nein. Alter. Alter. Bitch. Aha. Ja, wo war das hier? Boah, Alter. Und Upgrade für Energiezelle. Also Plasma. Energiezelle klingt eher wie Akkus. Man trägt doch keine Akkus mit sich. So, hier war jetzt die 1. Aber was war denn das gerade für eine Tür? Versuche ich mal zu öffnen. Vielleicht ist das ein Secret. Das wäre nice. Das wäre ultra nice. Oh. Was? Noi. Das erinnert mich gerade an, Gott, die Hazard-Spiel. Äh, äh, Super Tux. Wissen wir mal das Spiel Super Tux 2? Das Spiel ist einfach so bombastisch. Äh, wie sieht der denn? Nein. Ich glaube, wir sind da. Wow. Gibt ihr? Hier unten wird es heller. Nach unten hin. Ich glaube, mal wieder das Ende der Welt. Oder sowas. Secret Area. War doch klar. Gibt es auch wieder Fall? Ich hoffe nicht. Ich glaube, es ist ein Sprunggerät. Na super. Aber dann springe ich bestimmt in den Tod. Äh. Äh. Was für die Hölle ist das denn? Äh. Flankkanon. Was ist denn ein Fleck? Also ich habe einen Fleck in der Hose, ja. Äh. Aber ich glaube nicht, dass sie das meinen. Also ich... Ach du Kacke. Äh. Äh. Schießen. Schießen wir mal. What the? Was ist das? Was ist das? Das gefällt mir. Alter, das ist ja nicey-dicey. Ist das geil. Ist das geil. Die Waffe gefällt mir. Hä? Wir suchen eine... Ah, eins. Nein. Die ist gerade in die Kuppe runtergefallen. So. Okay. Zurück im Spiel. Ähm. Ja. Warum ist da heute jetzt ein Ausrufezeichen? Ähm. Interessant. Ich gehe mal zurück und versuche mal jetzt hier raufzuspringen. Alter, ich rommelte. Nein. Oh, da geht es doch noch weiter. Oh. Alter, mein Herz. Ich hatte schon, ich sterbe jetzt. Fuck you. Gibt es ein paar schwarke Gegner? Kann ich jetzt eigentlich die Waffe? Temporary Rape Conquered. Oh. Ah. Okay. Ich glaube, ich weiß, was dieses Ausrufezeichen bedeutet. Ich habe die Waffe nicht für immer, sondern nur für kurze Zeit. Solange wie, bis meine Munition leer ist. Und deswegen und dieses Ausrufezeichen. Wenn ich 22 Mal geschossen habe, was ist mit der Waffe? Gut. Ich muss hier also irgendwie effektiv einsetzen. Ich finde, ich brauche aber nicht so eine Waffe. Fuck this shit. Fuck. Alter, die sind ja viel kräftig. Oh, Alter. Das kann doch nicht sein, ja. Na, fuck. Bitch. Bitch. Alter, ich würde schießen. Schieß doch. Ich dachte, das ist einfach one, 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 wie etwas, äh, one shot. Oh, das sieht nicht gesund aus. Wahrscheinlich ist das one, äh, ja. Ein Geruch? Aha, hier kann ich... Scheiße, da will ich mal springen bitte. Bam. Geht doch. So. Och Gott. Nein. Ich habe nicht das Gefühl, das wollte ich die Gabe berühren, ich truppe. Spring doch. Nein. Fuck. Fuck. Hä? Da kann doch... Bei Blackpacks nicht... Oh, oh, ich komme gar nicht mehr weg. Ah, doch. Ah, schieß doch. Noch zwei Schüsse. Vielleicht wieder normale Waffen einsetzen hier. Ist ja ein... Ist ja ein Trauerspieler. Na, schieß doch. Geht doch. Ach, ich hätte auch das Ding aktivieren können. Ich bin der Behinder. Bam. Danke dafür. What the... Ja. Oh. Bitte. Nein. Boom, ey, Jock. Und jetzt. Zack. Fuck. Ich dachte, der... Ich schaffe ihn. Nein. Ich kriege dabei auch Schaden. Scheiße. Verwollte, verwollte Hälte. Stirb halt einfach. Du sollst sterben. Boah, Alter. Ich hab... Na, fuck. 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 Jetzt kommen wir hier noch mehr. Oh. Ach du Scheiße. Send me an Angel. Bam. Du viel funny. Ähm, den würde ich lieber gerne aus sicheren Entfernung umbringen. Äh, umbringen. Zerstören. Ich mag so solche Fässer nicht. Oh. Was haben wir denn da? Gibt es jetzt noch was? Ne, ne? Hier gibt es gar nichts mehr. Haben wir hier alle Secrets? Haben alle Räume? Alle... Alle was auch immer? Ich geh aber nochmal in die andere Richtung. Wow. Alter, wetten... Wetten... Jetzt... Jetzt bei dem Versuch, ein Secret zu finden, sterbe ich. Aha. Das Munition ist hier noch. Das war's aber auch schon. Oder? Geht's noch weiter? Achso, ne. Quatsch, von da komm ich. Na gut. Es geht also nichts weiter. Scheiße. Bullshit. Oh, alter. Was wollt ihr von mir? Was sollt ihr mir damit sagen? Oha. Ach, man, alter. Wenn ich springe, bin ich zu hoch. Wenn ich nicht springe, bin ich zu tief. Ich weiß nicht. Letzt du schießt. Danke schön. Einmal Rüstung. Ist aber nett. What the fuck? Nein! Scheiße! Was? Dankeschön! Goddammit! Oh! Aha! Ja, nein! Scheiße! Diggaaa! Mein Herz! Achso, ich muss das Ding auch öffnen, damit ich da raufkomme. Aha, okay. Das macht Sinn. Ist schon alles irgendwie ein bisschen nice. Also, wie gesagt, es ist ultra schwer, aber es macht unglaublich viel Spaß einfach. Nein, 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 nein! Aha! Computer einfach alle! Wow! Hast du gar nichts gehabt? Ach du Kacke! Ach du Kacke! Die lösen sich irgendwann auf, oder? Ja, die lösen sich auf. Bullshit! Ich dachte, so viel reicht! Ach du Kacke! Oh! Äh! Lass mal! Da! Ach so, ich habe jetzt auch noch die Rakete! Wie steckt jetzt der eigentlich? WTF! WTF! Komm, alle rüber! Dankeschön! Dankeschön! Wow, wenn du? Sahless- Wow! Fuck! Fuck the shit! Fuck! 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 Nein! 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 Nein, ich sterb! Scheiße. Alter! Die äh... Dieses Spiel... Ist er tot? Nein, noch nicht. Wäre auch so schön gewesen. Ach, es sind ja zwei. Oh, God. Beide tot. Sehr schön. Jetzt könnte ich diese Plasma-Nachleide-Kack-Dings dabei brauchen. So, wie ist ein gelbes Tier? Heißt also, das Ganze hat sich hier noch gar nicht verloren. Ist ja nett. Ist ja nett. Nein? Oh, Alter. Okay, das habe ich... Das war... Das kann ich wieder ein bisschen... Lol. Das Licht kann sich auch ändern. Ist ja nice. Was ist das hier? Oh, ist schon wieder so... Oh, Kacke. Ist schon wieder so ein Fight-Kack-Ding. Okay. Dann... Ah, Plasma ist nicht aufgeladen. Gut. Wo sind diese Dinger? Hier links und rechts. Ach, sie sind beide einzeln steuerbar. Ah, super. Gut. Die Tür. Dann wäre es... Rein... Wie sagt man? Systematisch besser... ...den rechten zu benutzen. So. Außer natürlich, die sind hier direkt sparen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, und jetzt freu ich mich hier einfach nur noch drücken. Park. Ich bin ja tot. Ich bin sowas von tot. Na komm, spring. Dass man die nicht angreifen kann, wenn die direkt vor ihm stehen. So, jetzt beide sterben, bitte. Alter, ich bin tot. Soviel zu meiner, ähm... Nein, nein, nein... Soviel zu meiner... Wie heißt denn das? Soviel zu meiner... Leck mit am Arsch. Bam. Äh... Boah, Alter. Warum geht die... Boah, Alter. Warum geht die Waffe nicht kaputt? Äh... Strategie. Genau. Soviel zu meiner Strategie. Alter, man kann, man kann Monster nicht angreifen, wenn man in dem Monster drin ist, wenn man diese Dinger runterlässt, finde ich, wenn die Waffe nicht zerstört, wie soll man denn da, bitte schön, irgendwie, wow, und was machen können. Okay, aber doch, mann, ich bin gleich tot. Na los! Schieß doch! Achso, keine Munition mehr. Ist ja nett. Boah, ich lebe... Nein... Wow, 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 wow. Was? Wie habe ich denn den Kratsch anbekommen? Habe ich unbedingt gekutzt, oder was? Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Bitte lass doch ein bisschen Leben sein. Gar nichts. Absolut gar nichts. Ich bin tot. So, und hier ist ein bisschen Leben. Okay. Aber ansonsten sieht es eher schlecht aus. Wo muss ich jetzt hin? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ah, hier. Ah ja, hier. So, gut. Das heißt also, rechts von mir ist die gelbe Tür. Nein. Boah, Alter. Wir haben noch 33% Leben. Das ist ein Witz, ist das. Die Waffe ist leer. Die Waffe ist... Hat sehr hohe Nachleizeiten. Ist aber von jetzt die stärkste. Oh, scheiße, Frau. Ähm. Okay. Da ist wieder ein Secret. Ach, klar, das war der Raum, wo wir schon drin waren. Ja. War hier noch ein bisschen Leben? Nein, leider nicht. Gut. Okay. Aber wir haben ja da unten auch schon die meisten Monster umgebracht. Heißt also, wir haben gar nicht mehr so viel vor uns. So, hier mussten wir jetzt wieder nach rechts. Oder war es links? Na rechts. Okay. Gut. Aber wir gucken nochmal. Links haben wir ja... Ah, genau. Links war das mit diesen Fässern da. Gut. Da waren wir schon überall, glaube ich. Ja. Speicherpunkt. Sehr schön. Dass man hier nicht nach unten gucken kann. Ähm. Ist das jetzt hier gesund, was ich hier mache? So. Oh, komm mal her, komm mal her. Wow. Dankeschön. So, ich brauche also noch eine rote Karte. Achso, gut. Hier ist wieder Kreisverkehr. That makes sense. Wow. Aha. So, wir brauchen Plasma. Äh, ich weiß noch nicht, wie ich den Monster erledigen soll. Scheiße. Boah, Alter. Oh, Mann. Ich bin... Geht doch. Aui. Motherfucker. Bitch. Oha. Aha. Fuck. 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 Nein, da rücken wir uns. Du Hure. Oh. Alter, das gibt's doch gar nicht. Oh, Scheiße. Äh, was... Äh, okay, komm, ich geh runter. Ich geh runter. Ich kann oben nicht schießen. Das funktioniert nicht. Das ist doch... Bullshit ist das doch. Na, kommt doch her. Na los. Dankeschön. So, und jetzt hier, verstecken. Wow, der kriegt das nicht hin. Ich glaub es nicht. So, geht das? Ja, das... Na, komm, komm, komm. Wo bist du denn jetzt? Hallo? Hä, war denn die K2? Wow. Och, komm, leck mich doch am Arsch. Geht doch. Holy moly, Alter. Das ist echt ein Spiel der dritten Generation. Also, äh, 3D und so. Wow, nein, 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 nein. Wow. Alter. Ja, ihr wollt mich doch alle verarschen. So, jetzt gibt's den Schalter. Ich trau mir nicht, diesen Schalter zu loben. So, kann ich hier oben so richtig reinfladern? Also, hier springen. Dann, bam, oh, nein. Fuck. 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 Klingt ja schon wie Alexi-Becki. Och, Alter. Nee, nee, nee. Ich hasse Windows. Ja, das hier ist natürlich auch bei Windows, weil es ist ja Windows für Linux. Dementsprechend funktioniert auch diese Scheiße hier. Nein, was, was, was? All weg, all weg. Nein, ich bin... Was? Meine Tatsche funktioniert nicht mehr. Was zur Hölle? Alter, was war das denn gerade? Warum sind Windows-Programme unter Linux genauso scheiße wie unter Windows? So, jetzt bereits leider. Hä? Och, ich hab kurz die falsche Station gedrückt. Ich kriege gleich ein... Ich kriege gleich ein... Ich kriege gleich ein... Das ist doch jetzt die Ezzaste, oder? Kann man im Springen überhaupt? Ach so. Man kann im Springen gar nicht die Stücken. Ja, wow. Wow, okay. Das erklärt einiges. Ich schicke gleich eine Zeit auf mir. Und hoffe, dass jetzt nichts allzu blühtes passiert. Wir haben 28 Munitionen. Äh. 28 Schuss. Nein, 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 nein. Hä? Hä? Hier kommen ja keine Monster. Interessant. Ach so, wir haben die Türge? Nee, aber nicht. Hä? Ich bin ratlos, Piss, total verwirrt. Irgendwas dazwischen. Müssen wir jetzt da rüber, oder was? Das Lava? Ich traue mich nicht. Na doch, scheinbar schon. Ist das behindert. Ähm, 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 äh. Okay. Und jetzt Anlauf? Sprinten gibt's ja hier leider nicht. Scheiße. Und jetzt, äh, bam. Digger, wie ich jetzt das vererbt habe. Na, komm her. Komm her. Komm. Bullshit. Ah. Was für Verschwendung. Geht doch. Na, bist du wieder in der Verschwendung? Ach, Alter, ich hab doch 8 Schuss. Das wird doch nie im Leben was. Ah, war da oben wieder welche? Ja, nicht. Bullshit. Und hier muss ich wieder durchgehen. Okay. Alter, was? Nein, nein. Oho. Das gibt's doch gar nicht. Nein, ich bin doch tot. Ich bin 8 Scheiße. Äh, ja, 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 ja. Fuck. Da kriegt er mir selbst. Feld damit. Oho. Fuck. Äh, was war denn jetzt mit dir hier? Ich mein, ich sag's auch, wie ich gerade hab. Ist hier noch mal so hoch? Ja, da hinten geht's doch hoch. Aber so komme ich da nicht hin, ne? Ne, dann versuche ich mal so hochzuspringen Aha! Jawoll! Nein! Nein! Okay, 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 halt, stopp Ich möchte das nicht, dankeschön Boom-Headshot, Boom-Headshot Geht doch alle kacken hier Was ist das? Ah, interessant, mehr nicht? So, hier ist noch was Übermiss auch noch was Oder? Ne, hier ist nichts mehr Das Übermiss ist so komisch, deswegen sagt sie das noch was Ah, hier sind wir, okay Das macht Sinn Das ist also kein Eingang zum Sequel, sondern ein Ausgang zum Sequel Ich wusste doch, dass das irgendwas mit dem Sequel zu tun hat Ich bin doch nicht blöd Ich kenne doch diese Game-Entwickler Ich bin doch auch einer Mehr oder weniger Äh, nein, nein Ach du Scheiße Nein, nein Achso, ich hätte da hinten hin Hä, wo ist hier jetzt hin? Ich bin komplett raus Also hier gab's nichts Aber wo muss hier jetzt hin? Ach, ist jetzt Tür offen Ähm, wow Kommt jetzt noch was? Kommt jetzt noch jemand? Äh, rote, rote, rote Karte Wo muss jetzt hin? Ich muss wieder raus Glaube ich Ich hab keine Ahnung So, und hier war jetzt irgendwo eine rote Tür Ich hoffe es So, ich weiß nämlich langsam nicht mehr, wo ich hin muss Ach, was? Ist doch gerade irgendwann gespawnt, oder nicht? Oder hab ich mich gerade verhört So, wo muss ich jetzt hin? Na komm Na, mach Spring 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 nochmal So, hier war Oh, hier ist ein Safe-Point Kommt hier noch was? Na, muss ja Ey, hier war ich doch bereits Hä? Leute, ich bin verwirrt War ich hier nicht bereits? Habe ich vorhin den Safe-Point gar nicht aktiviert gehabt? Ja doch, ich war hier bereits Klar Klar Das war der Bereich, wo ich die gelbe Karte bekommen habe Genau Habe ich vorhin den, den diese Safe-Point gar nicht aktiviert gehabt Interessant Das heißt also, hier links war die gelbe Karte Äh, das gelbe Tor Gut Dann komme ich also hier nicht zur roten Tür Das ist jetzt deprimiert Und das gibt mir ein Problem Wo ist die rote Tür? Ich jump hier mal so Mario-Style rum Ja auch nicht Da oben und so Achso, hier war ja Ah, nee, war auch nicht, die war bis jetzt nicht gut Das ist Bullshit Gut Ich fange noch mal nach hier Nein, 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 nein Ich spring noch auf die Tür Fuck Kann ich überhaupt irgendwo hinnehmen, ne? Das ist doch Bullshit So, also hier waren wir bereits Ja Gut Dann sind wir Hier wieder zurück gegangen Oder? Ich habe keine Ahnung Geht mir nach Hause Uaaaaaah Ich habe doch gewusst, dass hier nicht ganz einfach hier einer gespawnt ist Komm, erstmal das Fass wegmachen hier gut BOOM, Herr John Ich habe doch gesagt, ich habe spätiert So Jetzt komm noch mal hier rein Aber hier Hier, hier, hier Hier ist auch nichts mehr Ach Oh Gott Direkt da runter unter der roten Karte Ich glaube es nicht Ah, ich will sterben. Oh, oh nein, das ist ein fucking Secret. Ich bin tot, ich bin. Komm, 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 stimmt doch alle. Da oben ist auch noch einer. Fuck. Fuck. Was noch? Nein, das gibt's doch gar nicht. Alter, wie viele? Gleich wieder zwei. Oh Gott, ich bin sowas von tot. Man, warum kann ich diese Arschgesichter, Arschkarnacken, Arsch, Arsch, Arsches, umdrehen. Nein, 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 nein. Vorne mal mehr. Wollt ihr mich verarschen? Wo schießt ihr denn hin? Du schießt doch einfach mal gerade auf. Mann, Alter. Mal weg. Jawohl. Nummer eins, rumgebracht. Jetzt wo Nummer zwei. Los, stirbt. Ach, scheiße. Ich springe immer zu spät. So, ich hab jetzt hier kaum noch Munition. Ich springe also mal auf diese Waffe. Und hoffe, dass ich mich damit jetzt nicht selbst zerlege. Ähm. Nein. Nein. Kommt. Kacke. Kacke. Oh, fuck. Fuck. Alter, ich soll dich ja nicht runterschießen. Ich kann mich ja nicht runterschießen. Das geht auch nicht. Oh, bullshit. Ich bin tot. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ladies and gentlemen. Wir sehen einen toten Ronny. Ich hab immer noch die Waffe ausgewählt. Ach nee, muss ich gar nicht. Ich hab ja bereits alle Karten. Wow. Heißt also, die Karten speichert er, aber nicht, dass ich die bereits alle Monster umgebracht habe. Ist ja nett. Oh, und ohne, dass ich die Waffe aufgenommen habe. Hä? Junge, geht doch. Ach du Scheiße. Alter, der Fechertjahr. Oh Gott. Ja, ja, komm. Es ist nein. Es ist nicht mehr normal. Es ist... Ach du Scheiße. Kommt doch. Geht. Bam. Danke. Oh, die werden dann zum Tropfen noch getroffen. Weil die Waffen natürlich überleben. Na, ich bin auf der Seite. Oh Mann. Ich kriege noch einen Ständer. Und das ist kein positiver Ständer. Sondern eher so ein Fuck you. Ständer. Fuck you. Fuck you. Habe ich Plasma? Ja, habe ich. Achso, ich habe auch links unten dieses... Lieg da. Danke. Oh, ich bin voll. Nein, 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 nein. Ach, ich kann auch die Waffen zers... Äh, die, 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 die Raketen zerschießen. Ist ja interessant. Ach du Kacke. Ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Na, stirb doch mal. Scheiße. Ich bin raus. Ich bin komplett raus. Alter, warum kann ich keine Monster schießen, die direkt nahe mir sind? Mal los jetzt. Mach Dönnerteller. Hä? Der hat sich doch auch aktiviert. Ich glaube, dieses Spiel ist noch ein bisschen buggy. Ja, die Tür sieht auch wieder zu, aber die Karte ist weg. Ich glaube tatsächlich, das Spiel ist noch ein bisschen buggy. Das speichert nicht alles. Ach, scheiße. Oh, okay. Jetzt gibt's Krieg. Na komm, schieß doch, Alter. Make America Great Again. Fuck you. Alter, wieso spüren die ganze Zeit, Leute? Ich hab das nicht. Alter, ich wollte hochspringen, nicht runter. Fuck. Fuck. Na komm, nein, nein. Alter, ich, das ist doch jetzt nicht dein Erd. Ja, scheiße, leck mich so am Arsch. So. Ja, sorry, aber das war für mich gerade sinnvoll, weil ganz ehrlich, wenn ich die versuche anzugreifen und dabei immer ausweiche, dann krieg ich letztendlich tropfen nur mehr Schaden, als wenn ich die einfach direkt angreife und mich dabei angreifen lasse. Alter, ihr genauso. Komm, ich hab Scheiße, ich hab nur noch einen einzigen. Okay, halt. Siehst du? Sag ich doch. Also am besten die Konfrontation suchen, einfach sich selber angreifen lassen. Dafür kann man die Gegner dafür besser angreifen. Darauf muss er aber erst mal kommen. Also mit dauerhaft ausweichen geht hier gar nicht, weil dich greifen, wenn du die ganze Zeit ausweichst, krieg ich einfach irgendwann so viele Monster an, dass du absolut keine Kontrolle mehr bekommst. Ah, Gott, ey. Gut, aber wir haben... Kann ich runter? Jawohl. Gut, haben wir mindestens wieder die Rüstung aufgeladen. Schade kann ich nicht hoch. Ist ja unfair. Äh, Munition sieht absolut mau aus. Wir haben absolut gar keine Munition mehr. Wir haben noch sechs Raketen und Schroßflinte. Das ist niedrig. Gut, ich lasse mal die ausgewählt. Wir haben unendlich Munition und die mal damit viel zu Level. Alter, das war heftig. Das war richtig scheiße. Gut. Ich glaube... Jetzt hätte ich beinahe wieder das Mikrofon runtergeschmissen. Ich glaube, das reicht erst mal. Alter. Das ist ja so abfragend. Gut, also... Mini-Doom hat leider nur 17 Level. Oh. Hier ist eine Statistik. Minimum FPS minus 10.000? Lol, mein Rechner muss ja echt schlecht sein. Und Maximum FPS... Was ist denn das bitte? Hä? Ich habe durchschnittlich minus 40 Meter pro Sekunde. Lol, als ob... Kann sein, dass irgendwas mit der Uhr nicht funktioniert? Oder liegt das an Wine? Das kann natürlich auch an Wine liegen. Also diese Application, das hier vorne, was praktisch mir ermöglicht, Windows-Anwendungen unter Linux auszuführen. Vielleicht hat der da irgendwie eine schlechte Implementierung. Vielleicht ist das auch der Grund, warum das Spiel so langsam ist. Weil wie gesagt, ihr seht ja hier, meine Prozessoren, die sind gerade mal zur Hälfte ausgelassen. Und das kann man hier irgendwo in der Mitte rumtacken. Also, mein Rechner schafft das Spiel locker. Aber trotzdem habe ich minus 40 Bilder pro Sekunde. Also, wir wissen jetzt, wir spielen in die Vergangenheit. Ja, stimmt. Angefangen zu spielen habe ich 10 Uhr auf 30. Und jetzt ist es gerade mal noch 8 Uhr 30. Wir sind also tatsächlich um zwei Stunden in die Vergangenheit gereist. Wow. That makes sense. Okay, gut. So viel zu dem Thema. Ich verstehe das nicht, wie er auf diese minus 42 kommt. Vor allem auf diese minus 10.000. Das ist einfach so one witzig. Aber gut. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt bei Level 4. Das sollte jetzt aber erstmal gereicht haben. Also, ich mache jetzt sowieso erstmal kleine Pause. Und nach der Pause werde ich dann wahrscheinlich erstmal wieder Ultimate Doom spielen. Und vielleicht auch noch heute ein bisschen Back to the Saturn. Mal gucken. Und mittlerweile habe ich auch wieder ein bisschen auf Doom for Doom Bock. Boah, mal gucken. Ich habe gesagt, selbst wenn ich heute doch nicht mehr Back to the Saturn spiele, das Let's Play von Back to the Saturn ist nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Weil ich, ja, halt erstmal wieder ein bisschen andere Gameplays spielen wollte. Und wie gesagt, sobald wir mit Back to the Saturn durch sind, oder mit Ultimate Doom durch sind, werde ich ein zweites, äh, werde ich das nächste, zweite Let's Play starten, wo ich immer zwei gleichzeitig spiele. Einfach um ein bisschen Abfixung drin zu haben für mich. Ähm, und werde dann mich an die beiden anderen Maps ran machen. Ja, doch, das macht Sinn, das macht Sinn. Also, genau. Wenn ich Ultimate Doom fertig habe, werde ich irgendwas anderes als zweites Let's Play starten. Und wenn ich Back to the Saturn fertig habe, dann werde ich die andere beiden Maps starten. Also hier, ähm, Hellbound und was war das andere? Äh, Doom for Doom. Ne, Quatsch. Doom for Doom. Ähm, einmal Hellbound und einmal, 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 hatten wir schon, Dark Encounter, genau. Weil deswegen, wie gesagt, die beiden Maps, die, ähm, die Parten heißt Doom for Doom. Deswegen will ich die wirklich für Doom for Doom lassen. Ist aber jetzt als erst mal ein bisschen pausiert. Bzw. Wenn ich es heute eingereicht bekommen, werde ich doch heute noch weiterspielen, weil Tag der Deutschen Einheit, ich habe also heute jetzt Zeit. Und Wochenende schickt er auch wieder vor der Tür. Von daher, sollte das alles passen. Gut. Dann werde ich jetzt erstmal die beiden Videos rendern und dann, bzw. rendern noch heute Abend. Also, ihr werdet sie wahrscheinlich den morgen irgendwann hochgeladen bekommen. Jo. Schau, mechau.